Guck mal, da ist mein Kumpel. Hey, guck mal hier, du kriegst ein Herz. Oh, oh ja, lass mal drücken, komm. Ja, 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 ey, guck mal, wieso umarmst du dich alleine? Das war ja wohl nix, nochmal. Ja, ja, wir sind Freunde, wir sind die besten Freunde. So, Eseltorte und ich. Geht's gut, geht jetzt los, ich hab das Gefühl, wir werden Erster. Ich hab das Gefühl, wir werden Erster. Oh, er sammelt hier für mich Waffen. Was ist das denn für ein guter? Also, da ist Liebe. Da kriegt er Herzchen von mir. Da kriegt er den ganzen Tag jetzt Herzchen von mir. Hier, Kussherzis. Oh, ich bin ein bisschen verliebt. Oh, was ist das hier? Nee, die kannst du haben, die will ich nicht. Nee, oh ey, doch, die will ich, die will ich. Danke, komm mal her, ich will dir nochmal Herzen geben. Oh, das ist... Eseltorte und ich. Wir hören uns nicht, wir kennen uns nicht, aber das ist ein bisschen... Das ist ein bisschen... Das ist ein bisschen Magic drin, so. Hey, ich will dich nochmal umarmen. Bleib mal stehen. Mach mal nochmal deinen Umarmen-Mode. Ey, oh Mann, der hört mich nicht. Ey, bleib mal stehen, ich will dich umarmen. Umarmen, umarmen, umarmen. Wie mache ich ihm das klar? Gar nicht. Gar nicht. Na ja, egal. Jetzt machen umarmen... Wenn du clever bist, machst du jetzt automatisch einen Umarmen-Mode. Nee, nee, nee. Machen umarmen... Nein, umarmen-Mode. Ey, nein, nicht weggehen. Oh, bleib doch mal stehen. Nein. Hier, komm her. Komm her, ich hab hier markiert. Hier kommst du her. Hier kommst du her. Und jetzt, ich will den umarmen-Mode. Ich will den umarmen-Mode. Mach's jetzt. Come on. Was kann ich wollen? Nein, nicht den. Ja, da... Ja! 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 Okay, let's go. Es ist die größte Love-Story in der Geschichte von Fortnite ever. Wie gut, ey. Mein bester Freund. Gegner. Ey! Esel! Da kommt er. Hey, wieso treffe ich den denn nicht? Das gibt's nicht. Das gibt's nicht. Ich bin tot. Ich habe ihn einfach nicht gehittet. Was ist denn da los? Boah, Eseltorte, wenn du das siehst irgendwann. Ich hab mir wirklich Mühe gegeben. Okay. Aber der rettet mich jetzt. Da! Der ist jetzt ein Opfer. Der kann nichts, man. Ja! Sehr gut. Ich war nur zu dumm. Eseltorte. Ja, Liebe. Hau Liebe raus nochmal. Wirklich, Eseltorte. Ich bin eigentlich besser. Wirklich. Ey, bitte, bitte verzeih. Eseltorte rettet mich jetzt. Ja, Liebe. Ja, du bist der Beste. Aber du hast mich schon ein bisschen alleingelassen gerade, ne? Weißt du. Aber ich trage dir das nicht nach. Komm, Eseltorte. Ey, wenn Eseltorte jetzt richtig gut ist, kriege ich eine Umarmung. Ja! Ja! Yo! Oh, es ist so gut. Es ist so gut. Ich habe hier die ganze Runde noch nichts gemacht. Ich habe hier die ganze Runde nichts gemacht. Nichts gemacht, aber... Wir haben eine Love Story. So, habe ich ja auch mal einen hier getötet. Muss ja auch mal sein. Ah! Ja! Ja! Es geht schon wieder nicht! Oh! Gegner! Hey! Du wolltest mich gerade umarmen. Komm her! Komm her! Da! Wir beide! Ey! Es ist einfach so geil. Es ist einfach... Es ist... Es kann nie wieder... Es kann nie wieder getoppt werden. Es ist einfach wunderschön. Was denn? Ja, ja! Jetzt nicht klammern, okay? Jetzt nicht klammern! Mann, Mann, Mann! Für die schönste Love Story. Oh! Oh, guck mal! Oh! Der killt hier alle und gibt mir dann die Waffen. Was ist er denn für ein guter Mensch? Ja, ich komme. Ich komme. Klammert wieder ein bisschen, ne? Klammert wieder ein bisschen. Es ist so schön! Ja, ich steig aus, okay? Was machen wir denn jetzt? Hm? Mein Engel? Einfach hier sitzen? Nochmal knutschen? Ne, okay. Wollen wir da rein? Traust mir nicht zu, ne? Ich weiß. Traust mir nicht zu. Verstehe ich. Was machst du da? Baust du uns ein Haus? Er baut uns ein Haus. Ey! Er baut ein Herz! Nein, das gibt's nicht! Er baut ein Herz! Guck dir das an! Er hat ein Herz gebaut! What the fuck? Sorry, Chad. Es geht nicht anders. Es geht nicht anders. Es geht nicht anders. Ey, 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 ey. Ich bin so glücklich. Komm her! Komm her! Komm her! Das ist so schön! Guck mal, wie wir hier hüpfen, weil wir so glücklich sind. Hüpfen nochmal! Ja! Und nochmal hüpfen! Nochmal hüpfen! Komm, wir gehen ins Wasser! Wir spielen im Wasser! Komm, wir waren noch nie zusammen im Wasser! Komm her! Komm her! Komm her! Wir kommen ins Wasser! Komm! Das Wasser ist herrlich! Ja! Uh! Hupsi! Es kann nie wieder schöner werden! Es kann nie wieder schöner werden! Wir holen den epischen! Also er holt ihn! Ich nicht! Oh! Es ist so wunderschön! Es ist so wunderschön! Ja! Bau uns ein Haus, Schatz! Fein! What? Wie hat er mich denn da weggesnipet? Nein! Nein! Oh, er ist bestimmt enttäuscht von mir! Oh, er ist bestimmt enttäuscht von mir! Oh nein, das tut mir voll leid! Oh, er ist bestimmt enttäuscht von mir! Oh, das will ich nicht! Ich fühle mich schlecht! Eseltort, es war trotzdem die beste Runde auf der Welt und du schaffst das! Let's go! Let's go! Oh!